Liebe Unterstützer, ich heiße euch herzlich willkommen zu den heutigen Nachrichten. Die Organisation Open Society Foundation von George Soros plant für dieses Jahr den Umzug der Organisation von Ungarn nach Berlin, wie übereinstimmende Medienberichte zeigen. Im Artikel des ZDF heißt es dazu, Zitat, Soros unterstützt mit seinem Geld Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa stärker zu verankern. Er gilt als großer Kritiker von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, Zitat, Ende. Angesichts der Bestrebungen des Herrn Soros und der Kontaktnähe zu Frau Merkel ist dieser Umzug gewiss nicht ohne Bedeutung. Kommen wir nun zu einem Bericht des Focus Online, aus dem hervorgeht, dass die CSU eine weitere Milliarde mehr für ihren Etat zur Unterstützung der Flüchtlingsthematik haben will. Ziel ist es, dass Deutschland auch die Entwicklung in den Herkunftsländern mit finanziellem Einsatz vorantreibt. Dafür reichen, so heißt es im Beitrag, die 25 Milliarden Euro, die pro Jahr hierzulande für Migranten losgelöst werden, nicht aus. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller fordert für seinen Etat in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich. Damit will er Krisenländer unterstützen, die Hilfe für Afrika ausbauen und dazu beitragen, Flüchtlinge in ihren Heimatregionen eine Perspektive zu geben, wie er der Welt sagte. Zitat Der Entwicklungsetat betrug dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr 8,5 Milliarden Euro. Müller will sicherstellen, dass deutsche Steuergelder nicht versickern. Zitat Nach dem Vorgang in einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Bremen, bei dem Asylanträge ohne Recht genehmigt worden sind, wird nun der Bundesrechnungshof aktiv. Dieser zieht eine geplante Prüfung der Asylverfahren vor. Geprüft werden sollen jedoch nicht einzelne Mitarbeiter, sondern ob es beispielsweise Mängel in der Organisation gibt. Auch hierzu einen Beitrag. Nach dem Skandal um zu Unrecht bewilligte Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will der Bundesrechnungshof die Prüfung der Behörde vorziehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte am Dienstag in Berlin, er begrüße es, Zitat, sehr, dass der Bundesrechnungshof entschieden hat, die ohnehin für dieses Jahr vorgesehene Prüfung der Asylverfahren vorzuziehen. Dabei gehe es um eine Prüfung der Organisation und der Abläufe im BAMF. Es gehe nicht um die Überprüfung einzelner Mitarbeiter, fügte Seehofer hinzu. Zitat Mir ist es sehr wichtig, dass wir auch jenseits des konkreten Einzelfalles, der Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen ist, genau auf die Entscheidungsverfahren im BAMF schauen. Eine unabhängige Untersuchung, ob es organisatorische Mängel im BAMF gäbe, die zum Fehlverhalten Einzelner führen könnten, sei entscheidend, um nötige Konsequenzen ziehen zu können, erklärte der Innenminister. Kommen wir final zu einem Beitrag zum Thema Zwischenrufe in Debatten. Daraus geht hervor, dass der parteiliche Zusammenhalt in der AfD absolut gegeben ist und vor allem die Grünen immer wieder nicht an sich halten können bei Inhalten der AfD. Bei den parteilichen Ausrichtungen verwundert dies natürlich nicht. Es zeigt aber auch, wie schwer die Arbeit der AfD ist, denn sie muss sich geschlossen gegen alle Altparteien zur Wehr setzen. Nun aber zum Beitrag. Die AfD hat den Bundestag verändert. Ein Riss geht durch das Parlament. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Analyse sämtlicher Plenardebatten der Süddeutschen Zeitung in den letzten sechs Monaten. Die Zeitung hat sich dazu die Parlamentsprotokolle der Sitzungen genauer angesehen, in denen die Bundestagsstenografen jeden Zwischenruf, jedes Lachen und jedes Klatschen akribisch festhalten. Sieht man sich an, welche Fraktion bei einer Rede einer anderen lacht, stellt man fest. Entweder lachen die etablierten Parteien bei Reden von AfD-Abgeordneten oder die AfD-Fraktion lacht bei Reden eines Abgeordneten der anderen Fraktionen. Untereinander lachen die etablierten Fraktionen nicht oder kaum bei Reden einer jeweils anderen Fraktion. Ein ähnliches Bild ergibt sich laut der SZ-Analyse beim Klatschen. So applaudierte die Grünen-Fraktion beispielsweise über 1.500 Mal für Beiträge anderer Fraktionen. Für Redebeiträge der AfD-Fraktion hingegen gab es aus Reihen der Grünen gerade 13 Mal Beifall. Bei den übrigen Fraktionen verhält es sich ähnlich. Für die AfD gibt es nur sehr vereinzelt, für die etablierten Fraktionen weitaus öfter Applaus. Und auch bei den Zwischenrufen zeigt sich der Riss durch den Bundestag. 1.311 Mal riefen zum Beispiel Abgeordnete der Grünen-Fraktion bei Reden dazwischen. Rekord! Vor allem bei Reden der AfD können die Grünen demnach kaum an sich halten. 453 Zurufe richteten sich an oder gegen die AfD. Umgekehrt rief die AfD an die 1.100 Mal bei anderen Parteien dazwischen. Die AfD-Fraktion.